Als Sam kam und mich um Hilfe bat, konnte ich nicht Nein sagen. Sam war wie ein einsamer Wulff. Ihn musste man immer daran erinnern, wie wichtig es war, auch mal für andere den Kopf hinzuhalten. Nach der Spielerei beim Monument hieß Sams nächstes Ziel White Box. Die Typen, die den Laden gekauft hatten, waren bereits dabei, alles, was sie brauchen konnten, wegzuschaffen. Aber ihm war egal, was sie vorhatten. Er wollte da rein, auch wenn eine doppelwandige EMP-Forschungseinrichtung nicht viele Hintertüren hatte. Ihm reichte eine. Die Typen, die Typen, das muss man nicht anschauen. Er macht einen Englosen holen. Er muss sich eine Putz nehmen, weil sie nicht mehr verní. Er ist immer sicher, wie ein Great-Empflasen wird. Das war's für heute. Das war's für heute. Und Vic, wie komm ich in den Kasten rein? Such nach einem Lufttauscher auf der Seite des Gebäudes. Brich ihn auf, geh die Treppe runter und such die Überwachungssysteme. Sobald du Zugriff auf die Kamerabilder hast, dürfte sich dein nächstes Ziel von selbst ergeben. Berühmte letzte Worte. Sobald duist. Okay, reset. Locksheim. Sobald's. Was ist das? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir erforschen Abwehrmaßnahmen gegen EMP-Angriffe, hauptsächlich fürs Militär. Seit Robertson hier ist, geht's nur um ein Projekt. Robertson? Was treibt er so? Sie meinen, abgesehen davon, dass er Black Arrow das Labor überlässt, er sammelt die Daten aller Experimente und löscht sie danach aus dem System. So kann nur er überblicken, an was wir arbeiten. Und Lucius Gellert? Was hat der hat er mit der Sachen? Was hat er Earth? Was hat er mit der Arbeit? Was hat der, was hat er dann mit der Datensicherung? Ich glaube, es ist an der Zeit, Robertson, das mit der Datensicherung abzunehmen. Wie komme ich rein? Könnte sie in den Aufzug bringen. Gut. Mach das und verschwinde danach. Ich glaube, ich bleibe lieber hier. Ein paar meiner Freunde, sie brauchen vielleicht Hilfe. Vielleicht kann ich... Viel Glück. Bitte. Hilfe. Aua. Sekunde. Mist, auf Scheiße! Wusste, dass du aufsachst! Bewegung, Bewegung, los! Na komm, sag mir, was du drauf hast! Versteck dich, ist gesünder! Vorstoß nicht! Ich sehe ihn! Du legst dich hier mit dem Falschen an! Jetzt hab ich dich! So, ich komme jetzt, du Arschloch! Du kannst nirgendwo hin! Los, zeig dich! Wirst für den Tod unserer Freunde bezahlen! Magazin leer! Laden! Oh, Mist! Sehe ich etwa wie ein Amateur aus? Zeig dich! Oh, Scheiße, Scheiße! Ich werde verrückt, er versteckt sich wie ein Mädchen! Oh, Mann! Diesmal wird es... Angeloval durch mich! Nö. Das war's für heute. 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 Solltest du nicht eigentlich Neuigkeiten in Bezug auf Sarah haben? Sie ist in der Warteschleife. Deshalb ruf ich an. Mach's kurz. Dad? Sarah, bist du das? Geht's dir gut? Die hatten mir gesagt, du seist tot. Sie sagten mir, man hätte dich getötet. Das gleiche haben sie von dir behauptet. Ich... Sorry, mehr ist nicht drin, Sam. Grim. Später. Später. Du hast jetzt zu tun. Das ist ein neuer Rekord. Ach, hey, da ist er. Na, bereit zu sterben? Na, bereit zu sterben? Na, bereit zu sterben? Verstehe. Okay, Arschloch. Das reicht. Gib auf, Arschloch. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Schalt ihn aus. Dem reiß ich den Arsch auf. Feuerschutz. Du hilfst niemandem, wenn du dich versteckst, Fischer. Kontakt verloren. Brauche Verstärkung. Was? Scheiße. Nimm das, Fischer. Nimm das. Da ist Fischer. Du Endest, Fischer. Da bist du ja. Lauf nur. Ich finde dich trotzdem. Hey, du hast keine Chance. Da bist du ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Danke für die Blutspende. Ich muss ja nah dran sein, wenn du so einen Scheiß abziehst. Glaubst du, wir marschieren da einfach? Da ist der, ich seh! Glaubst du, wir marschieren da einfach. Wir wollen doch mal sehen, was du kannst! Aus Mist herfällt! Kannst dich nicht vers- Stimmengewirr? Ich kann Robertsons System von hier aus sehen. Schieß los, Grim. Okay. Sorg dafür, dass der Raum für ungebetene Gäste etwas an Scham verliert. Kann sein, dass du eine Zeit lang am System bleiben musst. Und ich will nicht, dass dich jemand stört. Minen mit Fernzünder dürften dafür das Richtige sein. Okay. 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 Das war's für heute. Hier ist Sam. Hab gerade Robertsons System vor mir. Perfekt. Öffnest du mir eine Hintertür? Wie in alten Zeiten. Hast vollen Zugriff darauf und auf die Anschlüsse. Danke. Ich mache mich daran, alles herunterzuziehen, was er hat. Enthält sämtliche EMP-Daten. Gut, ein paar meiner Jungs sind ganz wild drauf, sie zu sehen. Okay, Sam. Die Verbindung steht. Die Daten fließen... Ich bin hier also fertig? Nicht ganz. Du musst Babysitter spielen. Wenn die Verbindung abbricht, kann ich von hier aus keine neue aufbauen. Verstehe. Dann darf also niemand auf diese Kiste zugreifen. So wie es aussieht, könnte man damit sämtliche Verbindungen kappen. Dann wäre ich draußen und wir zwei hätten Pech gehabt. So, genug geplaudert. Ich bekomme Gesellschaft. Gebe auf, Arschloch! Du bist der Leder! Oh, scheiße! He... Vorröcken, los! Du bist tot! Sind bei 20 Prozent! Vorwärts! Gegenteil! Haff hier! Du übertreibst es, Fischer! Was? Verdammt! Oh Mann, ich glaub das einfach nicht! Mann, komm einfach raus und zeig dich! Bei 40 Prozent! Los, los, los! Was sagst du jetzt? Vorrufen! Erledigen wir den Typen! Na los, gegenseitig sicher! Wirst du Blutspenden? Oh, scheiße! Oh, Mist! Mist! Los! Wir gehen rein! Das mach ich nur, falls den ganzen Tag! Na komm, zeig mir, was du drauf hast! Such dir ein Labor aus! Stehen bei 60 Prozent! Du kannst nirgendwo hin, los! Wir gehen rein und schnappen ihn uns! Los! Mist! Entdeckung! Das soll witzig sein! Wusste, dass du auftauchen würdest! Du glaubst doch nicht, dass du dich ewig von mir ver... Ich seh dich, Fischer! Nimm das! Boah! 80 Prozent! Fast fertig! Komm, zeig mir, was du drauf hast! Da gehen wir auf keinen Fall! Wir gehen rein! Waren! Machst du nicht zu uns! Hier! Ich versier! Granate! Solltest du daran wissen... Hier ist alles okay! Hier nicht! Irgendjemand verfolgt meinen Download! Ich bekomme ihn nicht abgeschüttelt! Wenn die zu mir durchkommen, fliegen meine und Sarahs Tarnung auf! Wo kommt das Signal her? Sieht nach Whitebox aus! Vermutlich Erdgeschoss! Die Blaupausen zeigen einen Raum! Vielleicht ein Testlabor! Ich bin da gewesen! Sie lagern dort ihr EMP-Testsystem! Kann sein, dass du's aktivieren musst! Tu alles, was nötig ist, Sam! Ich bin da gewesen! Ich bin da! Das reicht nicht! Bauch! Da bin ich neben mir! Geht hin! Dann kann ich ein còn pleasures! Geht hin! Nei, najen! Tem. Auch zu zweit. Ich bin in Whitebox und brauche ein wenig Hilfe. Hoffe, es lohnt sich. Und ob. Ich muss ein EMP-Gerät aktivieren, um ein Ortungssignal zu unterbrechen. Ist die Abschirmung von Whitebox dicht? So dicht wie ich nach einer Weihnachtsfeier. Jedes technische Gerät darin würde geröstet. Der Kram draußen? Kein Problem. Kannst dich also entspannen. Danke. Drei Mal wird es anders laufen. Los, Bewegung! Netter Versuch, Arschloch, aber das läuft nicht. Gib auf, Arschloch! Du bist versteckt! Wenn die Spielchen spielen, okay, spielen wir. Das ist kein neues Fest. Du hängst wie die Weißkissel. Du stirbst wie die anderen. Komm, ich weiß, dass du hier bist. Werfe Granate! Schluss geht's! Gib mir Deckung, ich lade nach! Oh! Waffe näher! Lade nach! Was ist das, du kannst? Na komm, zeig mir, was du drauf hast! Lade nach! Ich werde ein bisschen übermütig. Ich werde ein bisschen übermütig. dass ihr ewig da drin bleibt! Er drückt Knöpfe! Oh, ich hab Angst! Los, Bewegung! Was ist denn mit? Scheiße! 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 Halt! Wir warten hier auf das Ziel! Meine Person! Scheiße! Halte Position! Es gibt Anzeichen für einen möglichen Hinterhalt! Kontakt! Du! Ich glaube, ich bin hier fertig, Grimm. Vielleicht suche ich jetzt mal diesen Galliard, von dem jeder spricht. Lucius Galliard? Kennst du ihn? Nicht direkt, aber... ich melde mich deswegen später nochmal. Lass ihn vorerst in Ruhe. Ich setze so lange einen Spezialisten auf Robertsons Daten an.